Der englische Traditionsklub Fulton Wanderers ist an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Nach dem Abstieg aus der zweitklassigen Championship in der am 5. Mai beendeten Saison hat der fünfmalige Fahrcupsieger Insolvenz angemeldet. Der ZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live. Damit müssen die Wanderers mit einem Abzug von 12 Punkten in die kommende Saison der drittklassigen League One starten. Holten hatte von 2001 bis 2013 durchgehend in der Premier League gespielt und 2004, 05 unter anderem mit JJ Okorra als Sechster seine beste Platzierung erreicht. Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Clubs bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige meist gelesene Artikel Fußball, 2. Bundesliga nach HSV Debakel. So geht es weiter. Fußball, Bundesliga Robben spricht über Guardiola-Zeit-Fußball. Bundesliga HSV Top-Spiel gegen den Absteiger. Fußball, 2. Bundesliga-Frankfurt-Horror-Szenario im Finnis-Schuss-Sport N. Bei Superteam droht der Blitz zerfallen. In der abgelaufenen Spielzeit waren die Wanderers mehrmals durch finanzielle Probleme wie ausgebliebene Gehaltszahlungen aufgefallen. Punkt. Let's block ads. Why?